Hallo, ihr Fan... Ihr Fan. Scheiß auf! Hallo, liebe Fans von Bobo Schreckenstein. Wir sind... Celuca, Kaspar, Maurizio, Elor, Benedikt und damit echte Schreckensteiner. Nächster Satz. Kinder, da seht ihr wieder, wie wichtig Bildung ist. Soll ich einzählen? Ja, okay, machen wir. Ich sag so 1, 2, 3, 4. Boom, also auf 4. Auf 5. Auf 5. Nehmt uns unsere Streiche und unsere schlechte Laune nicht krumm. Genauso wie unsere schlechten Noten in Mathe. Und ihr wart mal... Das mit ihrer fehlenden Bildung, das tut mir leid. Wir sind Mina, Paula und Nina. Und wir sind alle echte Rosenfelserinnen. Deshalb freuen wir uns heute, euch unseren neuen Scheiße zu verkacken. Hallo, wir sind eure Rosenfelserinnen Mina, Paula und Nina. Wir sind von... Das war eine Scheiße. Cool, oder? Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir und freuen euch schon, euch bald im Kino zu sehen. Hä? Ihr müsst ganz schön viel ins Kino gehen. Ich möchte jeden sehen auf einem Sitzplatz. Von euch. jus等一下. langs風 hoch. Uuuuuhuien 글